Hi, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Ruland. Ich bin psychologischer Psychotherapeut, Paar- und Traumatherapeut aus Saarbrücken sowie Lehrtherapeut für Systemaufstellungen. Und heute mache ich ein Video zum Thema Burnout. Da habe ich noch nie was zu gemacht, aber Burnout ist eigentlich auch immer wieder das Thema. Streife ich immer Video in meinen Videos, dass ich so ein bisschen erkläre, wie das kommt, wie Leute ausbrennen. Ich nähe mich heute dem Thema mal an. Das ist ein ganz breites Thema auch und versuche mal ein paar Gedanken dazu zu vermitteln und werde darauf weitere Videos aufbauen und starten mal kurz mit einer Einführung ins Thema. Was ist eigentlich ein Burnout? Also die Diagnose Burnout an sich gibt es in keinem Diagnose-Manual. Das klassische Burnout ist eigentlich eine Erschöpfungsdepression im Arbeitskontext. Also die Menschen, die unter Burnout leiden, gehen arbeiten, gehen arbeiten, machen was in ihrer inneren Verwaltung nicht richtig und brennen irgendwann über die Arbeit aus. Das heißt, sie werden im Arbeitskontext so belastet, dass sie depressiv werden. Die klassischen Symptome von Burnout sind die Depressionssymptome, wie zum Beispiel Freudlosigkeit. Also die Menschen empfinden den Alltag nur noch als grau, haben keine Lust mehr auf die Arbeit. Eine enorme Sinnlosigkeit in der Arbeit. Es macht einfach keinen Sinn mehr, was ich hier tue. Ich bin nur noch angenervt. Ich will meine Ruhe. Ganz oft auch typisch bei einem Burnout, was ich ganz oft schon in meiner Karriere erlebt habe, auch schon in der Reha-Klinik. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Da habe ich noch als kleiner Psychotherapeut in der Reha-Klinik gearbeitet. Und da war durch Zufall ein bekannter von mir und der hat mich irgendwann im Treppenhaus erwischt und ist auf mich zugestürmt und hat gesagt, Philipp, Philipp, gut, dass ich dich traufe. Ich habe so eine große, große Sorge. Ich bin hier wegen Burnout und ich kann nicht mehr lesen. Ich kann mir nichts mehr merken. Ich vergesse alles. Ich bin so Anfang 50. Ich habe jetzt Angst, dass ich Demenz habe. Und das ist natürlich auch ein ganz typisches Symptom für Burnout. Diese mnestischen Defizite, diese Einspeicherdefizite, die Leute können sich nichts mehr merken, nicht mehr lesen, ist ein typisches Depressionssymptom, gerade bei Burnout, aber auch ganz häufig, dass die Leute wirklich alles vergessen, weil die über Jahre lang sich so zugeballert haben, dass der kognitive Apparat nach Ruhe schreit und keine Einspeicherung mehr will. Häufig kommen noch Beziehungsprobleme zum Burnout oder hilflose Lösungsversuche wie im schädlichen Gebrauch von Alkohol. Manche Burnout-Patienten treiben exzessiv Leistungssport nebenbei, die anderen essen zu viel. Das ist so der Symptomkomplex Burnout. Um die berufliche Hochleistung, Hochbelastung in den Griff zu kriegen. Es gibt auch die andere Art des Burnouts, jetzt nicht so das Manager-Burnout, sondern eher das Sozialarbeiter-Burnout. Das sind die Leute, die in sozialen Bremspunkten als Sozialarbeiter, Psychotherapeuten in medizinischen Einrichtungen arbeiten mit schwerst belasteten Menschen, Trauma-Patienten und die irgendwann sich total verausgaben und hierüber dann dekompensieren. Also Burnout hat viele Geschichten, trifft viele Berufe und hat immer was auch mit Sinn, mit Leistung zu tun. Welche Themen liegen hinter Burnout? Da gibt es ganz viele. Ich will mal ein paar exemplarisch nennen. Ein Grund hinter Burnout ist immer die Perfektionismus-Scham-Spirale. Also Menschen, die oft an Burnout leiden, die haben einen hohen Perfektionismus, gerade so dieses Manager-Burnout, kann aber auch im Sozialarbeiter-Burnout passieren. Ich nenne die Begriffe jetzt so prototypisch, das ist kein wertender Begriff über irgendeine Profession. Dass die Menschen einfach eine tiefe, tiefe Scham in sich tragen, schon seit frühester Kindheit immer im Leistungskontext beschämt wurden. Strafende Eltern hatten Eltern, die viele Erwartungen hatten und die seit frühester Kindheit beschämt worden sind im Leistungskontext oder wo es familiär ein großes Schamthema gab. Auch Armut kann ein Thema sein und mit einem erhöhten Perfektionismus und einer erhöhten Leistungsbereitschaft versucht man dieses eigene Schamthema in den Griff zu kriegen. Man arbeitet ganz akribisch, ganz präzise. Hat man ganz oft auch bei jungen Wissenschaftlern, dass die 520 Mal ihre Fußnoten und ihre Artikel durchsehen, weil sie Angst haben, beschämt zu werden. Und diese Perfektionismus-Scham-Spirale, alles genau zu machen, viel zu leisten, hoch zu leisten, führt irgendwann bei dem Individuum zur Erschöpfung, weil man durch die Arbeit und das Vermeiden von Fehlern ja die innere Scham nicht in den Griff kriegt. Und die Menschen werden dann irgendwann immer mehr ausgebrannt, weil die immer viel Aufwand betreiben, um nicht beschämt zu werden, um zu leisten, dass man ihnen keine Vorwürfe macht, sie nicht beschämt. Und irgendwann kippen die darüber um, weil die innerliche Scham, die Angst vor Beschämung gar nicht bearbeitet wird. Ein anderer ganz wichtiger Aspekt bei Burnout ist, gerade in den sozialen Milieus, ist eine Parentifizierungssituation auch. Also ganz viele Menschen, die in sozialen Milieus arbeiten, versuchen, haben schon in der Kindheit irgendwie parentifiziert worden, haben den Eltern mit Versorgungsleistungen, mit Psycho-Unterstützung beigetragen und die versuchen immer wieder, die Eltern zu retten. Also unbewusst sind die in sozialen Berufen, haben schwierige Klienten, die häufig auch dem Profil ihrer Eltern ähneln und geben sich total auf, haben dann auch, weil sie schon so früh parentifiziert sind, nie eigene Bedürfnisse entwickeln können, geben immer für die anderen, geben immer, geben immer und erschöpfen sich darüber, bis gar nichts mehr geht und sie dann auch mit einer Depressionssymptomatik in Therapie kommen und dort erstmal lernen, dass sie auch eigene Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Grenzen haben und diese Bedürfnisse erfüllt werden müssen. Was ganz wichtig ist, weil sonst kann man nicht effizient arbeiten. Und diese zwei prototypischen Burnout-Symptomatiken, also Perfektionismus, Schamspirale und Parentifizierung muss man immer auf dem Schirm haben, wenn jemand mit einer Erschöpfungsdepression aus einem gewissen Grundberuf kommt. Und oft, der dritte Grund ist halt auch noch ein sehr narzisstisch leistungsorientiertes Familienklima, wo es keine Zuwendung gab. Das geht natürlich auch so ein bisschen in die Perfektionismus-Schamspirale rein, also wo der Wert eines Kindes nur darüber definiert war, wie sehr es leistet. Also noch nicht mal so perfektionistisch, dass der Mensch sehr akribisch wird, um die Scham zu vermeiden, aber dass der immer überkompensieren muss, immer mehr leisten muss, um einen Wert zu haben. Also eine richtige Selbstwertproblematik, du bist nur was wert, wenn du ganz viel geleistet hast, ist so der dritte Grund, der häufig kommt. Also die Bindung des Selbstwerts an überhöhtes Leistungsideal und das schadet ganz vielen Menschen. Alle drei Gründe findet man oft bei Burnout-Patienten. Das war mit kleiner Einführung in das Thema Burnout, habe ich noch nichts auf dem Kanal zu gemacht. Es werden weitere Videos folgen, wenn dich meine Arbeit interessiert, dann like meinen Kanal, abonnier den, like das Video. Der Julian Luca lacht, weil ich mich versprochen habe, das lassen wir jetzt aber drin. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du meine Arbeit gerne sehen willst, kannst du auch gerne meine Aufstellungsseminare besuchen. Hier kann man auch ergründen, was in der Symptomaufstellung der Grund hinter meinem Burnout ist. Vielen Dank fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten Video. Zusehen und gerne bis zum nächsten Video. Zusehen und gerne bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020